Ähm, ich hab natürlich keinen Teleporter dabei. Das ist jetzt mies. Ähm, ja. Wow, ja klar! Oh! Oh! Ihr seid doch wahnsinnig. So, und was passiert jetzt? Ach so. Verstehe. Hier durch. Pam! Das Licht hätte ich zwar gerne, aber da kriege ich Schaden für. Moment. Ja. Moment, da ist auch noch was. So, hier ganz an den Rand. Das war jetzt nicht so klug. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, was hätten wir hier? Erstmal die Biester. Ja, genau. Genau. So. Da hätten wir das. Da kommen wir nicht weiter. Irgendwann bist du das Gefühl. Ich bin hier noch, wo ich gar nicht sein sollte. Wann Rubin und mein... Oh, ich bin da voll. Mann, 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 Mann. War ich da schon? Jo. Aua. Aua. So, lasst mich mal hier wieder hoch. Irgendwo muss hier noch was sein. Ha, Feuer erwischt. Was gibt's hier? Ach komm, dreh dich mal wieder weg hier. Da ich ein bisschen mehr Zeit hab. Aber da unten ist Laser. Ich muss zuerst hier nach rechts. Oder auch nicht. Ich muss hier irgendwo einen Schalter finden oder so. Moment. Ich hab da was gesehen. Kein Platz. Oh, ist das mies. So, wo wir natürlich noch nicht waren, war hier links, ne? Wow, wow, wow. Upgrade. Upgrade. Statik Sprint. 2 mal A. Ah, Doppelsprung. Sagt mir das doch gleich, ne? So, und wie mach ich das Ganze jetzt trotzdem noch aus? Ich muss ja da auch noch irgendwie hin, ne? Irgendwo hier muss ich noch, muss ich noch die Laser ausmachen. Vielleicht hier? Ne, das war's nicht. Da unten ging's ja auch nicht, ne? Ne. Da auch nicht. Geht's vielleicht hier oben noch irgendwie weiter? Da haben wir auf alle Falle noch was, wo wir hin können. Aber nur hier von oben. Kann man vielleicht hier irgendwas kaputt machen? Moment, da geht's doch... Da wird's reingehen. So. Zack. Ha! Gefunden! Pam, pam. So, sonst noch was? Nein. So, und zwar hier, ne? Passt mal auf. Boah. Erstes Geheimnis entdeckt hier. Ah, und da kommen wir zu dem Ding. Das ist schon mal gut. Und dann meine ich doch, dass da links, dass es auf alle Fälle noch wohin ging. Ein Problem habe ich natürlich nur, dass mein, dass mein Inventar voll ist, ne? Und ich sehe da... Ah, wow. Hallo? Hallo? Dankeschön! Siebenundzwanzig Stück. Boah, wenn wir jetzt natürlich noch die ganze Kohle hier mitnehmen, ne? Beziehungsweise wir können ja leider nichts mehr mitnehmen im Moment. Ähm, dann könnten wir uns einiges an Upgrades leisten, ne? So, und hier unten waren ja auch noch Laser, ne? Wo ich nicht weiterkam. Hier war nichts. Hier unten. Und hier nach unten. War hier noch was? Moment. Da möchte ich nachgucken. Dreht doch mal bitte beide auf die andere Seite rüber. Wäre ich euch sehr, 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 sehr verbund, ne? Boah, kein Platz mehr. Oh, Mann. Das sind... Das ist der tolle Stuff, ne? Und ich habe kein Teleporter mehr. Und kein Licht mehr. Boah, wisst ihr, wie weit ich jetzt nach oben muss? Einen Vorteil hat es zumindest. Ich komme hier mit dem Double-Jump relativ schnell hoch. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Den Laser einmal weg. Wo war mein Teleporter? Wo war mein Teleporter? Ich weiß, dass ich Licht brauche. Da oben ist mein Teleporter. So, zack. Na, klasse. Ich sollte ja nicht so verschwenderisch mit meinem Wasser umgehen. So, einmal. So. Äh. Okay. Irgendwie ging es hier, glaube ich, nicht weiter. Hier vielleicht? Und hier vielleicht? Ach, Teleporter, ich sehe ihn. Boah, Gott. Frage mich, was Joe Hems denn hatte. Oh ja, 1400, noch was? Mhm, Hydrauliköl. Na, Schnösel? Hm. Hm. 50% schneller Dampfschlagaufladung. Okay. Einmal. Kaufer. Kaufer. Okay. Boah, ist das angenehm, wenn man hier wieder was sieht, ne? Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Hier nach unten, hier. Hier nach unten, ne? Wir haben hier doch so, wenn ich das so sehe, ne? Größtenteils die ganzen Erze mitgenommen. Das einzigste hier sind noch welche. Und die würde ich mir gerne mitnehmen. Okay, und hier sind wir wieder am Dungeon. Das heißt, wir müssen hier lang. Ging ja doch relativ fix. Ich hätte mir eigentlich nur einen Teleporter mitnehmen können. Moment. Ähm. Komm ich da jetzt noch ran? Nicht wirklich, ne? Doch, komm ich noch. So. Und das müssten wir auch noch schaffen. Dankeschön. Könnten eigentlich gleich hier ein bisschen weiter buddeln. Und dann einmal hier komplett rüber nach rechts. Weg mit dir, böser Laser. Das noch mitnehmen. So, sonst ist hier in dieser Tiefe gerade nichts. Uhuhu. Aber. Da ist noch was. Okay, da muss ich hin. So. Und hier noch was. Oh. Na gut, dass ich hier noch hingelaufen bin. Alles meins. Und hier unten müsste doch gerade noch irgendwas runde gefallen sein. Wow. Äh. Uh. Ganz schön brüchig hier. So. Einmal laufen. Dann anders. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Wie soll ich denn jetzt da rüber kommen? Ich brauche dringend Wasser. Tschu dai. Weg da. Ich brauche dringend Wasser. Ich brauche doch auf.